Schön, dass ihr da seid. Wir bringen direkt zum Start eine Geschichte mitten aus dem Leben. Hier auf dieser Bühne Hitchhike Pretty. Es geht um eine schöne Anhalterin. Und da erzählt uns der Jan jetzt die ganze Geschichte hier in Form des ersten Songs. Viel Spaß mit unseren Gästen aus Rheinland-Pfalz. Wir sind Red County Jail. Rheinland-Pfalz 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018